Hallo, hallo, guten Morgen, Tag 5. Ja, Fliesen ist erledigt, ich habe tatsächlich den ganzen Raum fertig und ja, heute kommen so die Feinarbeiten, Kreuze raus, Fugen, Auskratzen. Ja, dann will ich ein bisschen verfugen und wenn es funktioniert, auch noch das Silikon einmal außen rum bringen. Ja, und dann schauen wir mal weiter. Also, schönen Tag und bis heute Abend. Servus!